herzlich willkommen einen schönen guten nachmittag liebe zuschauerinnen schön dass sie dabei sind bei unserem fireside chat also bei unserem virtuellen kamingespräch hier bei alex berlin und wir haben heute das thema audio transmediales erzählen in den zeiten von multimedia das ganze ist eine co veranstaltung vom medianet berlin brandenburg und dem production net und ich freue mich sehr dass die neue vorstandsvorsitzende des medianet bei uns ist janine koch sie ist nicht nur vorstandsvorsitzende des medianet sondern auch noch co geschäftsführerin vom mediatek hub potsdam und ja herzlich willkommen wie geht's dir dankeschön für das nette intro lieber gregor mir geht's sehr gut und ich freue mich dass ich heute hier sein kann das ist ja nicht ganz selbstverständlich in corona zeiten echt echte menschen live in farbe totaler wahnsinn wir freuen uns auch schon die ganze zeit darüber ganz andere energie nicht nur wegen des feuers sondern auch so ja ja vielleicht sagst du kurz was zum medianet und zum production net was es damit auf sich hat und was der unterschied ist zwischen medianet und production net das mache ich total gern das medianet berlin brandenburg ist ja ein netzwerkverein der medien kreativ und digitalwirtschaft hier in berlin in berlin ansässig aber für berlin brandenburg gültig also für die hauptstadtregion und wir haben uns vor 20 jahren gegründet das war noch vor meiner zeit natürlich also ich war schon am leben aber habe da gerade mein abi gemacht auf jeden fall auf jeden fall wurde das vor 20 jahren ins leben gerufen und eine der ersten initiativen die tatsächlich daraus entstanden sind ist das production net also medianet ist sozusagen die dachmarke und vereint ganz viele unterschiedliche initiativen die eben verschiedene branchen der medien- und kreativwirtschaft abdecken und hier handelt es sich um also um die film tv branche die wir hier mit abbilden wollen und sind ganz froh und stolz darauf dass wir hier schon über 90 unternehmen mitglieder und unternehmen haben die also von tv studios über produzentinnen über verleiher alles mögliche abbilden was die film und tv branche und aber auch die radiobranche hergibt und haben da auch viele dienstleister agenturen dabei special effects agenturen und ja so finden also regelmäßig veranstaltungsformate statt im unterhalb des production netz die diese plattform miteinander also die mitglieder auf einer plattform verbinden und vernetzen sollen normalerweise so richtig schön mit so richtigen treffen wo man sich auch mal auf die schulter klopfen kann und sich freuen kann dass man sich lange nicht gesehen hat jetzt in der aktuellen zeit hauptsächlich virtuell aber es funktioniert trotzdem ganz gut zumindest auch was den wissenstransfer angeht super ja improvisieren haben alle gelernt in den letzten zwölf monaten du hast am 15 januar angefangen als vorstandsvorsitzende wir sind noch nicht ganz bei 100 tagen aber vielleicht trotzdem schon zeit eine erste kleine bilanz ja genau ich habe gerade eben noch mal schnell durchgezählt wie heute ist der 60 tag und die kleine erste bilanz ist dass natürlich es viel raum jetzt gibt durch die pandemie bedingt wir haben gerade eben draußen im off schon darüber gesprochen dass man nicht alles nur negativ sondern auch mal positiv sehen sollte dass diese diese zeit gerade eine gute chance ist um noch mal jeden stein umzudrehen und zu gucken hey in welche richtung geht denn jetzt das medianet eigentlich weiter für die nächsten 20 40 80 100 jahre wie wollen wir das jetzt weiter auf den weg bringen und ausrichten und da bin ich jetzt gerade ganz intensiv mit dem team dabei zu gucken welche formate werden erhalten bleiben welche werden sich vielleicht austauschen was machen wir grundsätzlich vielleicht einfach anders weil wir gelernt haben das funktioniert eben auch durch online formate irgendwie anders und wir brauchen andere dinge um uns miteinander zu vernetzen das kann ich so mal ein bisschen als ausblick sagen ich will nicht zu viel verraten aber ein tipp kann ich geben für die leute die wirklich ganz neugierig sind ihr könnt gerne unseren newsletter abonnieren ich versende jeden monat einmal den koch letter und gebe da einen intensiven ausblick auf die eigenarten und die neuigkeiten des netzwerkes um natürlich auch ganz nah an den mitgliedern zu sein denn das ist unsere kernaufgabe wir wollen mit den mitgliedern im dialog sein und schöne dinge schaffen dass die mitglieder auch happy sind und wir dementsprechend auch sehr schön ich bin happy vielen dank für die einführung für das intro und ja jetzt gibt es gibt die staffelübergabe jetzt begrüßen wir nämlich dorothea martin unseren heutigen gast vielen dank janin dankeschön kriege und viel spaß euch ja ich habe die große ehre doro willkommen zu heißen dorothea martin da ist sie herzlich willkommen vielleicht so ein paar ganz grobe biografische hinweise zu deinem leben wie dazu gekommen bist zu audible zu kommen du hat in münchen studiert theaterpädagogik und ist dann hat den richtigen schritt gemacht nach berlin und hat hier theaterwissenschaften literatur und geschichte an der fu studiert und das thema geschichte wird uns heute noch ein bisschen begleiten beim thema geschichten erzählen du hast dich dann relativ schnell selbstständig gemacht mit einem verlag für transmediales erzählen das wilde dutzend super name dann hast du die imaginary friends gegründet eine agentur wo es um transmediales marketing geht auch schon zum thema verlage und verlagsarbeit dann bist du zu egmont und dann uli go was eine ausgründung ist von von lübe oder zum lübe verlag gehört und bis dann vor drei jahren zu order will bekommen über das thema hörbuch serien inzwischen ist dorothea martin programmleiterin original fiction und da zuständig für die fiktionalen formate dann hat doro noch ein hobby das ist ihr hund paule ein echter berliner und du hast noch das thema kochen das in lockdown zeiten sehr sehr praktisch ist herzlich willkommen doro ja vielen dank krieger hallo erstmal danke auch ans medianet für die einladung ich freue mich sehr hier zu sein und bin auch ganz angetan davon mal wieder live leute zu sehen und nicht nur über ein video bildschirm das ist toll es ist wirklich ja macht spaß wir kommen zum thema serien und da habe ich gelernt in der beschäftigung dass beim thema serien etwas ganz wichtig ist und das ist der cliffhanger das heißt man muss irgendwie eine überleitung schaffen eine spannung aufbauen für die nächste folge und wir machen das jetzt auch aber nicht bis zur nächsten folge sondern bis zum ende der sendung und zwar werden wir am ende die frage beantworten wie sie als zuschauerinnen als privatperson oder als unternehmerinnen tatsächlich mitarbeiten können bei dem thema transmediales erzählen wo es möglichkeiten gibt wir sind ja hier wie wir gelernt haben bei media net production net da ist das wort net drin netze netzwerken das heißt wir wollen dann mit dorothea martin besprechen wo es die möglichkeiten tatsächlich gibt zu netzwerken und mitzuarbeiten aber dazu später mehr falls ich jetzt in den nächsten 40 45 minuten nicht alle fragen stellen sollte die ihnen unter den nägeln brennen dann gibt es die möglichkeit auch fragen zu stellen sich hier einzubringen über youtube oder bei facebook einfach rein tippen die fragen werden mir dann zugespielt dann werden wir die auch später noch stellen so und jetzt wird es gemütlich weil wir setzen uns jetzt an dieses nicht vorhandene virtuelle lagerfeuer lagerfeuer genau es geht ja um das thema geschichten erzählen und wo erzählt man sich geschichten lieber als am kamin am virtuellen lagerfeuer insofern gehen wir mal hier hin und machen es ist bequem wir haben auch tatsächlich tada zum thema hier am kaminsitzen oder am feuersitzen eine kleine gitarre mitgebracht zum thema ja ich war früher fahrtfinder insofern kenne ich das wenn man wenn man am lagerfeuer setzt und sich aber du wirst uns jetzt nichts darbieten sondern das passiert dann schon in der imagination der leute ich werde euch ersparen etwas zu singen oder auf der auf der gitarre zu spielen wo das glaube ich eine ukulele ist ja kommen wir zu unserem thema der trend zum transmedialen erzählen für die ohren das war das thema auch für die sendung die wir schon im dezember geplant hatten dann kam zweite welle lockdown zwei und wir haben uns dann entschieden die sendung auf den märz zu verlegen jetzt sind wir irgendwie kurz am anfang der dritten welle und kurz von lockdown drei aber wir freuen uns dass wir heute hier sein können aber in der zwischenzeit ist etwas passiert seit dem dezember in den drei monaten vielleicht auch ein corona phänomen der trend zum transmedialen sage ich mal im kaffeekränzchen für die ohren ein phänomen namens clubhouse wie sehr hast du das verfolgt wie sehr ärgerst du dich dass ihr nicht die idee hatte für clubhouse wie stehst du dazu also ich finde clubhouse ist denke ich ein ausdruck dieses audio booms den wir jetzt schon seit einigen jahren haben und der in corona zeiten vielleicht noch mal stärker geworden ist da kommen wir vielleicht später auch noch im detail weiter drauf weil es ein soziales netzwerk mit audio verbindet so glaube ich fast zum ersten mal und das ist natürlich was was in der aktuellen zeit irgendwie sehr sehr populär ist und auch so eine gewisse bildschirmmüdigkeit die bei vielen der fall ist nachdem man jetzt tagelang eben auch noch in meetings sitzt vor dem vor dem rechner sicherlich zugute kommt und mit der intimität der stimme was ja auch fürs fiktionale erzählen eine ganz tolle sache ist also ich finde clubhouse sehr spannend und verfolge das natürlich auch ja wie gesagt ein wahrscheinlich ein corona phänomen dass die leute zeit haben sich damit zu beschäftigen kann man auch bei euch bei order will schon den corona effekt sehen also ich weiß nicht ob du zu über zahlen sprechen kannst aber wie war das jahr 2020 für euch eher corona krise oder corona aufstieg also wir haben wie gesagt ja schon seit einigen jahren ein boom was audio inhalte betrifft und ich glaube das betrifft auch so eine ganze branche was wir natürlich sehr toll und sehr spannend finden und wir haben im mai tatsächlich noch mal eine repräsentative umfrage in auftrag gegeben und es zeigte sich ganz klar dass noch mal mehr leute ich glaube bis zu einer millionen mehr leute angefangen haben insgesamt also nicht nur auf audible begrenzt aber insgesamt audio inhalte zu hören und so die bekanntheit oder überhaupt dieses medien nutzungsverhalten noch mal gestiegen ist was für uns natürlich toll ist es hat mir jetzt mit der verschiebung auf märz 21 auch an anderen teil meiner moderation zu hauen weil im jahr 2020 war auch der 850 geburtstag eines man kann sagen so gottvater oder gründungsvaters des geschichten erzählens das so beim beim nachdenken über wo kommt eigentlich diese geschichten erzählen her stößt man auf diese person zwangsläufig hat auch ein bisschen ja was mit der gitarre zu tun weil es geht um geschichten erzählen aber auch geschichten singen minnesänger walter von der vogelweide ist letztes jahr 850 jahre geworden und das zeigt ja jetzt über diese jahrhunderte diese faszination des des geschichten erzählens also was ist uns in uns menschen drin dass uns geschichten so fasziniert es gibt ja ganz unterschiedliche theorien die ich auch alle ganz toll finde das eine ist dass wir als menschen soziales verhalten lernen beziehungsweise überhaupt lernen gerade in dieser tradition des story tellings also am lagerfeuer früher vielleicht sogar noch vor der schriftkultur wie verhält man sich in gewissen situationen und so weiter also das ist so ein punkt das andere was man natürlich auch mit gelernt hat war traditionen also so eine zusammenhalt über geschichten die gruppe rund ums feuer wie gehört die zusammen und so weiter hat natürlich zum teil wahrscheinlich auch negative effekte aber das sind alles so dinge die man mitnimmt das andere was ich extrem interessant finde ist dass es gibt untersuchungen von denen auch eine unter anderem von audible in auftrag gegeben hat ist die funktion dass es dass wir wenn wir geschichten hören also im hören tatsächlich noch mal besonders dass wir reagieren als ob wir dinge erleben würden live also das heißt da gibt es so phänomene ich weiß nicht ob das jetzt spiegelneuronen sind oder wie auch immer aber das ist natürlich ein super interessantes empathie bildendes oder auch einfach emotionalität ausbildendes phänomen und ich glaube das ist einer der großen vorteile die wir mit geschichten auch haben neben diesem ganzen wie lernen wir dinge und so weiter aber sicherlich auch ein stück eskapismus also raus in eine andere welt träumen irgendwo hin natürlich sonst vielleicht nicht hinkommen genau und jetzt natürlich wahrscheinlich noch mehr wer gerade nicht reisen kann und so weiter da bekommt das wahrscheinlich noch mal eine andere eine andere wertigkeit abhauen zu können wenn man so möchte ja wir spulen jetzt mal ein bisschen in den jahrhunderten nach vorne von walter von der vogelweide 1180 und oder 1170 und kommen in die 70er und 80er jahre das ist oder wo ich wo ich groß geworden bin und da war das ganz wichtig weiß nicht ob man das erkennt das ist für die für die jüngeren zuschauerinnen das ist eine audiokassette da sind also tatsächlich inhalte drauf die kann man so ein kassetten oder walkman reinlegen und dann wird was abgespielt damit groß geworden und in meiner zeit gab es so zwei fraktionen entweder tkkg oder drei fragezeichen und ich war auf der seite von drei fragezeichen und diese geschichten haben mich und meine geschwister über viele autofahrten hinweg getragen und wir konnten am ende teilweise mitsprechen wie wichtig waren die drei fragezeichen oder waren diese diese kassetten jetzt auch für die entwicklung von von audible und vom vom erzählen vom storytelling ich glaube dass es audio storytelling an sich sehr lange stark abhängig war von den technischen innovationen also nachdem wir eben irgendwann das lagerfeuer verlassen haben war es eben wichtig dass es ein trägermedium gibt weiß nicht mehr nur den live charakter hatte und ich glaube dass die kassetten die kassetten kinder die wir ja wahrscheinlich alle irgendwie waren das dann irgendwann ins digitale überführt haben sobald es das ging und tatsächlich also der gründer von audible don cats hat so ein portablen es war noch kein mp3 player ich habe vergessen wie die technologie genau war aber der hat tatsächlich sowas empfunden erfunden um audible erfinden zu können sozusagen und nachdem dann das smartphone kam ging der boom so richtig los wenn man so möchte oder stieg dann immer weiter an und wir haben jetzt zum ersten mal merken wir auch dass die cd als als medium immer unwichtiger wird und jetzt definitiv also gerade bei den unter 40 jährigen eigentlich schon längst abgelöst ist dann kommen wir doch mal ein bisschen konkreter über das was ihr macht was was audible macht also wir sprechen ja hier über fiktionalen audio content was versteht man darunter es ist ja inzwischen viel viel mehr als einfach nur ein buch vorlesen das ist ja eine ganz eigene welt vielleicht sagst du ganz kurz was für euch dieses transmediale erzählen bedeutet also bei den order bill originals ist uns eben das wichtige dass die stoffe die wir bearbeiten die 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 geschichten die für uns geschrieben werden dass der audio mit gedacht wird das heißt dass man also die stimme im kopf sozusagen schon schon mit denkt und natürlich auch guckt welche art von stories und wie müssen die aufbereitet sein dass sie sich besonders gut eignen und das kann ganz unterschiedliche ausführungen haben von wenn wir jetzt bei uns bei den serien denken dass wir eben nicht nur einen sprecher haben sondern wir haben dann drei unterschiedliche perspektiven die dann eben auch von drei unterschiedlichen sprecherinnen gelesen werden es aber trotzdem trotzdem eine prosa lesung ist also es ist wie so eine mischung sozusagen aus dem was man in dem buch vielleicht noch hat aber ein bisschen abgewandelt eben schon und dann gibt es so gewisse besonderheiten die das erzählen für audio mit sich bringt weil wir insgesamt ja doch eine sehr visuell geprägte kultur sind das heißt wir merken uns dinge auch meist visuell und also ich glaube der großteil der bevölkerung lernt leichter tatsächlich visuell aber audio holt da eben sehr stark auf es bedeutet aber dass man dinge anders präsentieren muss und es ist ein was ich wahrscheinlich auch schon im serien boom über die audiovisuellen medien angebahnt hat es wird schneller das tempo wie man einsteigt ist nicht mehr im roman eine lange exposition und so weiter sondern es geht gleich los zur sache und ja man fällt in die handlung rein und ist dann auch sofort mit drin wahrscheinlich gibt es auch so was dass die ersten zehn zwanzig dreißig sekunden zählen dass die wichtig sind um die leute wirklich so rein zu ziehen also es bei büchern ist es ja immer nach fünf sechs seiten merkt so ich bin nicht drin oder irgendwie dann legen sie das mal wieder weg das ist wahrscheinlich beim audio genauso du musst die leute gleich erwischen und reinziehen ja genau also man muss sie sofort in die geschichte in die welt mit reinziehen klar gibt es dann auch immer gegenbeispiele aber der der hauptteil besteht tatsächlich daran die leute sofort zu packen wie so ein mini cliffhanger am anfang sozusagen und dann ist die stimme natürlich extrem wichtig oder wenn wir mehr so ins hörspiel gehen dann die ganze audioproduktion also sei es musik seien es geräusche die ganze soundlandschaft wenn man so möchte ich habe jetzt ein bisschen reingehorcht bei euch und da trifft man tatsächlich auf bekannte stimmen und bekannte schauspielerinnen hanu kofler jasna fritzi bauer oder ganz toll wie galt boning wie wichtig ist das für euch also ist das auch wirklich merkt ihr dann dass die wenn so bekannte namen dabei sind dass das auch ein verkaufsargument ist das ist sicher ein verkaufsargument klar bekannte bekannte gesichter bekannte stimmen haben natürlich zum teil auch einfach schon eine eigene fangemeinde das tolle in audio ist aber dass es da auch noch mal ganz andere ganz eigene stars gibt die man halt nicht unbedingt aus film und fernsehen oder vom gesicht her kennt aber wo die stimme das ist wo die leute sagen egal welches genre das höre ich mir eigentlich gar nicht an aber keine ahnung ein uwe teschner spricht oder eine vera tels und dann haben dann auch so eigene fernklubs und auch total zu recht das ist wirklich eine eigene kunst noch mal hörbücher zu sprechen oder hörspiele das kopf kino geht dann im wahrsten des wortes los man hat es ja so vor augen aber man kann sich eben seine eigene welt erdenken man kriegt es nicht vorgegeben sondern die entsteht im kopf das ist ein ganz tolles erlebnis ganz tolles gefühl also liebe zuschauerinnen sie haben jetzt gemerkt es geht um audio sie brauchen dieses bild gar nicht also sie können jetzt gerne den monitor ausschalten solange sie den computer anlassen und uns weiterverfolgen sie können auch gerne die helligkeit runterdrehen oder einfach die augen schließen und dann sind wir voll im thema audio drin was ja gerade so ein trend ist jetzt ja auch in corona impfzeiten ist so ein länderwettbewerb so man vergleicht sich mit anderen ländern wie steht denn deutschland im internationalen vergleich da also sind wir bei den oberen zehn prozent sind wir unten sind wir vorreiter sind wir spitzenreiter wo gibt es wo gibt es länder wo man vielleicht hinschauen muss in mittel oder südamerika so stichwort telenovela was so die formate und der innovationsgrad okay also wir denken bei audible ja eher sehr sehr nicht unbedingt konkurrenzgetrieben sondern in berlin ist ja der europäische standort von audible das heißt wir haben auch das französische und das italienische team hier inzwischen haben wir noch spanien und uk das heißt wir sind da eher sehr wir gucken wo es so synergie effekte gibt und 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 schauen dass wir da kooperieren können deswegen ist es natürlich aber interessant zu gucken was an anderen marktsegmenten oder in anderen marktplätzen funktioniert es ja nicht wie eine fernsehserie einfach synchronisieren man muss es ja tatsächlich dann komplett neu machen das ist richtig ja genau und gibt es da auch schon beispiele dafür dass also tatsächlich dann erfolgreiche serien aus anderen ländern übernommen wurden und adaptiert wurden für einen anderen markt naja also wir haben jetzt zum beispiel im januar hatte der sandman in deutschland premiere und das ist eine uk produktion gewesen die wir tatsächlich adaptiert haben also nicht adaptiert haben wir haben sie übersetzt das heißt wir nutzen dann aber tatsächlich auch die 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 sound files und nehmen die sprecher sozusagen neu auf also das ist oder die sprecherin das ist also was was wir was wir machen können und das ist tatsächlich ein internationales audible original gewesen ein globaler ein globales audible projekt die neil game and comic serie graphic novel wir haben ja schon ein bisschen über deine biografie gesprochen was wir noch nicht erwähnt haben dass du in deiner jugend passionierte schachspielerin warst und hast es immerhin bis zur bayerischen schachauswahl geschafft deswegen freust du dich jetzt über das format die king's gambit das ist ein wir haben ja jetzt über die auferstehung des audioformats gesprochen das ist jetzt die auferstehung des schachspielens das ist aber eine netflix serie war erst ein buch was was netflix adaptiert hat ja naja ich glaube was da natürlich auch vielleicht auch ein corona effekt ist oder vielleicht ist es auch nur eine generation ich glaube so wie wir einen audio boom haben haben wir glaube ich insgesamt auch gerade in den spiele boom also wenn sich irgendwie pen and paper dungeon and dragons roll games anguckt roleplay games dann ist das ja tatsächlich auch ein phänomen das immer mehr leute spielen beziehungsweise wird es jetzt nicht mehr nur ein reines nerd phänomen ist wie man ja vielleicht auch in stranger things gesehen hat dem erfolg von stranger things die jungs die irgendwie dann d und d spielen und alle wissen was was da los ist und finden es toll deswegen könnte ich mir vorstellen wie jetzt vielleicht kommt schach jetzt auch wieder wer weiß ja zumindest in aller munde das ist schon aber du machst es noch hobby mäßig schach spielen oder ist das tatsächlich was jetzt im tagesablauf gar nicht mehr zeit selbst in corona lockdown zeiten selbst in corona lockdown zeiten ich habe zwar das schachbrett noch zu hause stehen aber ich spiele tatsächlich auch nicht mehr online was ich tatsächlich aber spiele ist d und d beziehungsweise nicht d und die sondern andere systeme aber ja du guckst bei fernsehserien dann schon auch hin du machst dann nicht die augen zu und hörst nur sondern du schaust dann auch netflix und anderen natürlich aber jetzt hierbei bei der gegenüberstellung sind von audio und audiovisuell wie ist denn ungefähr das kostenverhältnis was jetzt produktion pro minute angeht wir wollen jetzt ja nicht hier über insights sprechen aber wie ist ungefähr das verhältnis wenn ich eine minute audio produziere und wenn ich also was kostet eine minute bei audible produktion was kostet eine minute im verhältnis bei bei netflix dazu müsste ich mich jetzt tatsächlich besser auskennen wie wie teuer netflix produktion sind beziehungsweise allgemein audiovisuelle aber was was ich sagen kann ist natürlich ist und das ist ja ein großer vorteil dadurch dass das bild im kopf entsteht können wir sehr viel leichter zum beispiel sci-fi fantasy und so weiter produzieren und da den das verlangen nach diesen geschichten und nach diesem abtauchen in in andere welten erfüllen sozusagen als das fernsehen traditionellerweise kann weil damit da was richtig gut aussieht braucht man ich weiß nicht welche budgets und das heißt nicht dass die audi produktion total billig ist natürlich nicht aber da geht sehr sehr viel mehr und sehr viel schneller also eigentlich total praktisch zu sagen diesen produktionsprozess auszulagern in die köpfe der zuschörenden und zu sagen macht euch eigenes eigenes bild was was wir aber natürlich dazu brauchen ist sehr sehr gut geschriebene geschichten dass darauf kommt es natürlich an und wenn wir in den bereich höher spiel gehen ist natürlich sound design und die stimme absolut entscheidend wir können ja mal über ein konkretes format sprechen also ich glaube soweit dürfen das hier gehen was ich jetzt in den letzten tagen noch mal gehört habe der übergangsmanager gesprochen von hanu kofler toller schauspieler aber eben auch offensichtlich ein toller sprecher und das ist eigentlich ein beispiel wo die bilder im kopf entstehen übergangsmanager ist nichts anderes als letztendlich der tod den die leute ins jenseits befördert und das jenseits wird dann über so eine große rolltreppe in ein licht dargestellt und man kann sich ungefähr das produktionsbudget vorstellen was ist kosten würde so eine treppe zu programmieren oder zu bauen aber so entsteht sie im kopf eigentlich ganz schönes format ganz schön und da sieht man vielleicht auch ein bisschen also das war tatsächlich eine einreichung die autoren karin elste ganz toll der pitch war schon schon der wahnsinn und da merkt man wenn man sich das anhört dass das eben nicht ein klassisches buch ist sondern seriell gedacht und wir haben einzelne also jedes kapitel oder jede episode wenn man so möchte steht für sich und natürlich haben wir aber trotzdem den großen bogen also es ist ein seriell erzählt das format was was super funktioniert fürs hören und hanu liest es tatsächlich toll kommen wir da vielleicht mal zu dem produktionsprozess also wie sieht das aus am anfang steht wahrscheinlich dass treatment dann als drehbuch kann man es ja nicht nennen es wird ja nicht gedreht was ist dann nennt sich das ein hörbuch dann gibt es ein casting produktion vielleicht kannst du uns also ganz kurz durchführen im schnelldurchlauf wie so ein fiktionaler projektverlauf aussieht also stoffe kommen auf ganz unterschiedlichen wegen zu uns wir arbeiten natürlich mit agenturen zusammen wir haben schon aufgebaute beziehungen zu autorinnen und autoren kooperieren aber auch mit anderen hörbuchverlagen aber auch verlagen natürlich und dann natürlich international also alles unterschiedliche wege dann haben wir natürlich auch ein call for paper eine seite wo man dinge einreichen kann und wenn wir eine idee finden die uns zusagt nehmen wir kontakt auf und dann geht es meistens darum erst mal ein treatment zu beauftragen was bei uns den umfang der ersten folge hat und eine outline und figuren charakterisierung denn das wichtige beim beim erzählen fürs audio ist tatsächlich dass es character driven ist weil eben die stimme im kopf dazu führt dass wir uns noch sehr viel mehr einfinden in in figuren und dass das auch tatsächlich leichter macht dran zu bleiben wenn es so eine emotionale bindung gibt und das ist dann der erste schritt und wenn man da gut zusammenkommt und die entwicklung sich abzeichnet dass das der richtige weg ist dann beauftragen wir den gesamten text und danach geht es dann an casting inszenierung produktion und marketing natürlich das klingt jetzt wahrscheinlich auch weil ich keinen setbau habe alles ein bisschen schneller als beim fernsehen wahrscheinlich also ihr könnt wahrscheinlich auch sehr schnell sein oder können schnell auch reagieren auf trends ja das können wir wir sind gerade in unserer serien produktion wo wir mit writers rooms zusammenarbeiten sind wir brauchen wir für den den start irgendwas zwischen sechs und zwölf monaten also von erster idee bis dann wirklich veröffentlichung und das ist schon relativ wenn man dann denkt dass dann so zehn bis 15 audio stunden rauskommen ist schon sehr sportlich wir sitzen jetzt hier so an unserem schönen virtuellen lagerfeuer das heißt du kannst jetzt so ein bisschen aus dem nebkästchen blauer dann was war denn die schwierigste produktion oder was war denn etwas wo du denkst du war das war echt eine harte nuss eine harte nuss ich glaube dass jedes projekt für sich natürlich ganz eigene ganz eigene anforderungen und herausforderungen auch noch mal hat ich glaube was wir was somit das größte war was ich mit betreut habe bei uns war tatsächlich das ganze aufsetzen der kompletten serienentwicklung und da waren dann natürlich die ersten prototypen sozusagen noch mal zeitintensiver sind mit zwei seriengenre cozy crime gestartet und da war dann natürlich von erst mal die leute zusammensuchen die dann im writers room sitzen dann sowas wie development producer für audio gibt es halt eigentlich nicht für prosa text das heißt da war dann auch eine ausbildung sozusagen mit verbunden und die leute erst mal finden das war schon alles sehr spannend und hat auch ein großes netzwerk erfordert an menschen das können wir vorstellen aber gibt es denn auch produktionen die getestet werden und die dann abgesetzt werden nach wenn ihr dann merkt das funktioniert nicht dass das ist nicht so wie wir uns das in der auswahl in der produktion am anfang gedacht haben das fliegt einfach nicht und das ist dann wirklich auch in der tonne landet wird also wir testen natürlich sehr viel und aber tatsächlich schon in zu einem sehr frühen stadium meistens also das heißt wir gucken uns ideen eben auf ideenebene schon an funktioniert das oder nicht und entscheiden dann also das ist dann einer der faktoren aber nicht der einzige mit dem wir dann weiter weiter gehen und prinzipiell ist es so dass wir wir suchen nach serien also nach selbst wenn es jetzt eher ein reinen charakter hat aber das heißt wir suchen nach stoffen die nicht nur ein one off sind sondern mindestens drei teile ergeben können und agieren da meistens eigentlich auch so aber klar also wenn was überhaupt gar nicht funktioniert dann muss man halt auch sehen okay da haben wir uns was anderes von versprochen und haben dann einfach die zielgruppe in dem fall vielleicht nicht aber dieses versprechen das oder was was wo ihr das gefühl habt ist es tatsächlich eine bauch gesteuert oder gibt es dann dafür daten oder gibt es so eine art fokusgruppe wie entscheidet wie ob ein stoff spannend ist also ist es seine erfahrungswerte oder gibt es sowas wie irgendwie big data wo man sagt da geben wir das rein und dann können wir das entscheiden also wir arbeiten natürlich sehr datengetrieben und gucken uns natürlich an was also versuchen über trendanalysen zu schauen okay wo entwickelt sich auch sowas wie geschmack hin gucken natürlich was was läuft gerade insgesamt so oder was passiert auch in der welt das sind ja immer so unterschiedliche sachen das ist das eine und dann ist es aber tendenziell einfach wirklich schon so dass das ausschlaggebende ist ist die geschichte gut oder nicht und haben wir da wir sind ja ein member also member service haben wir da leute die das hören wollen ja oder nein und da können wir natürlich zurückgreifen auf vorherige erfolge und wo wir eben sehen okay da gibt es ein need jetzt gibt es ja die ersten trailer und auch die ersten angeblich drehbücher die von der kai geschrieben wurden also man weiß immer nicht genau was ist da jetzt storytelling was stimmt davon wirklich und was ist wirklich jetzt schon von der kai entwickelt wie arbeitet ihr habt ihr das auch schon bei euch künstliche intelligenz oder sind das noch wirklich echte menschen die da von anfang bis ende sitzen und entscheiden und schreiben also für uns in berlin kann ich sagen sind alles noch echte menschen also ich finde ich weiß gar nicht wann es genau losging ich kann mich noch erinnern zu irgendeiner buchmesse kam dann das buch der bestseller code von der amerikanischen autorin gemeinsam mit einem computerspezialisten der auch irgendwie die mormonen bibel analysiert hatte und einen riesen skandal verursacht hat die haben irgendwie 500 new times bestseller in ein software gespeist und haben dann ausgespuckt und analysiert was jetzt der neue hit ist und also noch ist es sind wir glaube ich nicht so weit dass die antizipation dessen was leute als neuen hit sozusagen hören wollen dass das schon über die kai geht aber also ich finde die entwicklung spannend ich habe das buch damals auch gelesen und festgestellt das ist ein sehr gutes analysetool für bestehende sachen aber wenn man halt nicht immer nur eins zu eins oder eine adaption des gleichen haben will sondern eben auch die entscheidende differenz glaube ich braucht den zufallsfaktor mensch dann doch sehr beruhigend ist es ja absolut beruhigende nachricht das ist so was wie kreativität und tatsächlich inspiration wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern bis die kai das dann komplett übernimmt von uns jetzt eine frage auf die ich mich schon sehr lange freue und die ich natürlich stellen muss wie ist es für einen der drei reichsten menschen des uns bekannten universums zu arbeiten also audible ist teil von amazon amazon ist jeff bezos wie geht's jeff was macht er und wie fühlt es sich an für ihn zu arbeiten ich habe natürlich davor versucht ihn noch kurz zu erreichen aber hat dummerweise nicht abgenommen deswegen probieren also es ist so ich meine audible ist eine gmbh mit sitz in deutschland und das ist das was ich mitbekomme bei aller internationaler zusammenarbeit und deswegen ist das tatsächlich was wozu ich nicht wirklich viel sagen kann jetzt kein wöchentlichen zum call mit jeff wo er sich die neuesten bücher vortragen lässt die neuesten story live gepitcht aus berlin ja nie aber bleiben wir ein bisschen im amazonas universum amazon wir sind ja hier bei alex berlin und von alex berlin ist es ja nicht weit zu alexa wie welche rolle spielt denn jetzt die tatsächlich die smarten speaker und dann auch die möglichkeit der interaktion also dass ich tatsächlich dann vielleicht sogar auch auf eine story reagieren kann oder interagieren kann sehr spannendes feld wir haben tatsächlich auch für unterschiedliche produktionen letztes jahr bereits alexa skills veröffentlicht das eine war neopolis das ist eine science fiction trilogie von oh Gott blackout sehr schön Karl du kannst auf deinem smartphone nach oder du kannst du kannst alexa fragen ja ich könnte alexa fragen wäre sie jetzt da das ist ja unglaublich genau karl osberg und für den übergangsmanager hatten wir tatsächlich auch ein alexa skill wo man eben selbst durchspielen kann man wird jetzt von dem übergangsmanager sozusagen in empfang genommen und muss dann sich entscheiden ob man selbst übergangsmanager wird oder wie das weiter so im jenseits funktioniert das heißt das sind durchaus dinge die wir die wir machen und was natürlich auch sehr spannend für uns ist prinzipiell ist es aber natürlich so dass wir daran arbeiten dann geschichten für audible im audible cosmos zu zu kreieren ich finde es eigentlich auch ganz schön wenn man sich entspannen kann und nicht interagieren muss also ich finde das ja total toll zu sagen das ist jetzt meine stunde am tag wo ich nicht irgendwas reagiere sondern nicht einfach entspannen kann und ich muss nichts tun ich kann es einfach auf mich auf mich berieseln lassen entspannung ist tatsächlich auch eins der der häufigsten höher gründe sozusagen neben pendeln was jetzt im letzten jahr eben weggefallen ist also das unterwegs oder halt zum nebenbei auch machen so und hattet ihr schon anfragen auch von firmen für so ein sponsoring oder eben für ein sag ich mal product placement es gibt ja auch tatsächlich durchaus spannende firmen geschichten was weiß ich ist siemens schon auf euch zu gekommen zu sagen wir wir verfilmen kann man ja nicht sagen aber wir audibilisieren die siemens story oder im englischen königshaus passieren ja auch immer ganz tolle geschichten da kann man ja auch irgendwie eine story line draus machen wie ist da die möglichkeit na also wir sind werbefrei deswegen wäre sowas wie product placement für uns eher nicht vorstellbar wir kooperieren natürlich aber durchaus mit marken also vor allem jetzt im podcast bereich bei audible wir haben heute spiegel daily gelauncht unser neues daily morgens update format und das ist natürlich eine große media marke mit der wieder kooperieren aber das ist dann nicht fiktional das daily das sind dann schon echte nachrichten oder echte news oder denkt ihr euch dann morgens irgendwie so nein das sind natürlich echte news wie gesagt das ist podcast non fiktional bei uns genau ja wir kommen zu den fragen der der zuschauerinnen die ersten die ich hier habe wir haben eben schon so ein bisschen über marketing gesprochen wie unterscheiden sich die marketing maßnahmen für jetzt ein audio format zu denen für einen kinofilm gibt es da bei euch schwerpunkte oder wie sind die kanäle auf denen ihr marketing macht okay na das also bei uns das ist dadurch dass wir dieser wir sind ein member service das heißt ein abo modell sozusagen das heißt wir haben den großen vorteil dass wir eben sehr sehr viel über newsletter und über die eigene seite machen können und die eigenen kanäle das ist ein sehr wichtiger bereich für uns aber ansonsten nutzen wir natürlich alles was möglich ist natürlich aber auch nicht für jedes projekt das ist auch ganz klar natürlich nicht für jede neue serie eine deutschlandweite plakat kampagne ach ja schön wäre es nicht wahr aber nein genau deswegen das ist wirklich davon abhängig über welches projekt wir reden und und arbeite ich da mit influencerinnen zusammen also dass hier gezielt dann irgendwie leute das machen wir auch das dann besprechen oder wir hatten ja schon am anfang so ein bisschen angeteasert wie ist es denn wie kann man denn theoretisch mitmachen wenn man selbst eine eine tolle geschichte hat also wenn ich jetzt also ich mir ist jetzt am wochenende ist mir so eine geschichte eingefallen es ist ein ein waisenkind dessen eltern bei einem attentat umgekommen sind er hat eine nabe davon getragen erfährt er mit einer dampfeisenbahn in ein internat wo zauberlehrling ausgebildet werden und da lernt er seine besten freunde kennen wenn ich jetzt so eine idee habe was muss ich tun natürlich sofort bei uns anrufen und bei niemand an nein wir haben mich eingangs glaube ich schon erwähnt hatte wir haben eine seite über die man bei uns einreichen kann die call for papers punkt audible punkt de wo auch so weitere informationen sind was suchen wir eigentlich was ist so was sind so bisschen die besonderheiten und wie sollte man auch einreichen nämlich möglichst nicht mit dem ganzen skript oder dem ganzen roman sondern sehr gerne in einer kurz pitch fassung das sind wir haben tatsächlich so ein fragekatalog auch das sind ich glaube drei seiten insgesamt und optional dann noch eine leseprobe und die frage tatsächlich auch beantworten wieso für audio das ist auch ein sehr wichtiger punkt für uns da wir eben gucken dass wir wirklich für audio entwickeln also bei uns läuft das als audio let's storytelling und das schließt einfach gewisse sachen aus beziehungsweise bevorzugt andere und ja genau dass das wäre ein weg und natürlich sind wir wenn wir nicht gerade von corona alle betroffen sind sind wir auf branchen events auf der auf den diversen messen unterwegs und ja also gibt es etwas wo du sagst bitte keine zauberlehrlinge mehr und dafür bitte mehr geschichten aus dem berlin des 21 jahrhundert also gibt es da irgendwie so eine richtung gesagt dass das läuft gerade und keine zauberlehrlinge mehr bitte also prinzipiell ist es so dass wir natürlich ein unterhaltungsmedium sind das heißt wir sind eigentlich offen für so war fast alle genre wir haben deutschland das land der krimi und thriller ist natürlich was was immer geht oder meistens dann sind wir aber auch fantasy und sci-fi der vorteil des audios gegenüber gegenüber der audiovisuellen umsetzung da sehr stark und was wir gerade verstärkt suchen ist comedy oder sowas wie beim übergangsmanager was ja nicht wirklich comedy ist aber so einen schwarzen humor ist genau also alles was was so rund ums thema humor voll erzählt oder im audiovisuellen würde man sagen dramedie aber als das ist dann immer so schwierig einzuwas was heißt das eigentlich also im endeffekt irgendwie wichtige themen aber mit humor erzählt also möchte aber thema humor ist ganz guter anknüpfungspunkt weil ich auch in den letzten tagen mir eine serie von euch angehört habe das ist ich glaube rufus t feuerstein kann das ist die feuerfliegt die ghost sitter aus genau gelesen von dem wunderbaren wie galt boning wobei natürlich unglaublich hilft dass man wie galt boning im kopf hat man sieht ihn praktisch krimassen ziehen man sieht ihn klamauken aber das ist das ist an sich ist das comedy oder das ist tatsächlich eigentlich für kinder geschrieben das ist eben diese tommy krabbeweis auskopplung von ghost sitter da ist der anwalt für paranormales rufus t feuerflieg eben eine figur und so beliebt was sicherlich auch an wie galt boning liegt muss man ganz klar sagen dass es dazu jetzt noch ein anderes format gibt genau dann hatte ich ja am anfang hat auch schon angeteasert wie kann denn theoretisch jetzt jenseits von der entwicklung von treatments vielleicht noch hier die schwarm kreativität von berlin oder von production net mit euch zusammenarbeiten das ist ja auch eine frage von den zuschauerinnen wie werden die aufnahmen realisiert wo werden sie realisiert habt ihr fixe studios habt ihr eigene studios greift ihr auf dritt studios dienstleisterinnen zurück sehr guter punkt also wir haben eigene studios bei audible in unserem büro wir arbeiten mit partner studios wir sind offen für für neue studios also definitiv die studio landschaft also wir kooperieren mit studios in ganz deutschland nicht nur in berlin aber das ist definitiv ein weg wo wir wo wir suchen offen sind genauso im endeffekt alle gewerke die mit der produktion auch einhergehen von sound design über regie über freie producer also gerade der bereich development producer für menschen die sich auch das für prosa serien zutrauen oder für so ein neues format was so dazwischen ist also hörspiel ist oft ja noch also wir haben wir arbeiten sehr viel mit leuten die ein film background haben ganz klar weil das immer noch so das nächste ist von der arbeitsweise her da ist dann immer eher die hürde dass man halt das erzählen und wie dinge inhaltlich aufbereitet sein müssen so ein bisschen anders ist weil man halt also zum beispiel herder fliegen könnte man im audio nur sehr schwer umsetzen weil wenn ich 30 jungs habe die alle im selben alter sind wie soll ich die nur übers hören auseinander halten solche dinge gilt es dann irgendwie zu beachten oder so klassische drehbuch autorinnen die sehr viel visuell erzählen und das dann umsetzen auch wie können wir das in sound umsetzen das sind so so herausforderungen am anfang da kommt man dann aber rein und insofern suchen wir da wirklich sind wir offen für für menschen in ja allen gewerken auch gutachterinnen oder lektorat wie es im film ja auch heißt aber auch lektorinnen ganz klassischen buchssinne ja also gerne an uns wenden super gut zu wissen und sprecherinnen also wenn leute jetzt denken soll hey mega stimme ich wollte schon immer mal hörbuch einsprechen oder eine fiktionale geschichte erzählen geht das theoretisch auch bei euch das geht auch da sind wir natürlich an profis interessiert also menschen die das ist ja auch eine ausbildung die man da machen kann wir haben das könnte sein dass das jetzt ein verzögert ist durch durch die sicherheitsauflagen rund um corona aber eigentlich hatten wir auch immer wieder castings im studio mit aufnahmen und einführungen und so weiter also ich könnte mir noch mal eine zweite karriere keine bewerbung aber das ist jetzt die zeit wo du tatsächlich so ganz frei von der leber weg mal ein format von euch empfehlen kannst wo du sagst das ist zurzeit mein absolutes lieblingsformat da muss man wenn man das noch nicht getan hat unbedingt mal fiktionale audio inhalte testen also wir hatten schon den übergangs manager das ist einer meiner dauer favorites insofern den kann ich allen nur ans herz legen und dann haben wir heute eben wie gesagt spiegel daily gelauncht neues podcast format was super angelaufen ist moderiert von juan moreno und jasmin jützel oh gott ich habe es heute nicht so mit namen merke ich gerade aber das sind also das sind definitiv formate und dann wer wer per anhalter durch die galaxis mag also mehr so für die fantasy vielleicht nerds dem muss ich natürlich auch noch quantencamper calamari von aljoscha jelinek empfehlen sehr sehr verrückte geschichte wie der name ja auch schon vermuten lässt und oh gott wir hatten wir kinder vom bahnhof zu ist ja jetzt bei prime gerade als serie angelaufen und wir haben dazu ein nonfiction buch mit unveröffentlichten interviews von christiane f rausgebracht das ist definitiv auch was was sehr sehr spannend ist und der echten christiane f noch lebt und die das damals alles erlebt hat jetzt ist ja auch schon die lustige situation eingetreten dass also nicht ein buch dann gesprochen worden ist sondern das von euch eine fiktionale geschichte die gesprochen worden ist dann wiederum als buch veröffentlicht worden ist wie kommt das wie ist das zustande gekommen wir sind natürlich sehr daran interessiert dass wir marken also content marken wenn man so möchte auch aufbauen und natürlich damit auch unsere unsere kreativen fördern das ist also nicht nur in einem medium medium die geschichte gibt sondern auch adaptiert dann in anderen medien und bei patricia schlossers im untergrund der podcast serie war das dann eben so das hat eben nicht nur als erster podcast den deutschen radiopreis gewonnen sondern ein jahr später kam es dann auch als buch raus und wir haben mehrere fiktionale geschichten die auch im laufe dieses jahres als buch veröffentlicht werden oder sowas wie die meisterin von von markus heitz oder ein sachbuch von sophie seeberg die jetzt alle schon als bücher draußen sind und natürlich sebastian fitzek mit der aures reihe genau also nicht vom realen ins virtuell ins digitale sondern vom digitalen dann wieder zurück ins reale also richtig ins haptische genau wir haben noch eine zuschauerinnen frage bekommen welche kpi trackt ihr bei audible und welche werden genutzt um den erfolg einer produktion oder vielleicht auch den misserfolg einer produktion zu messen naja also was natürlich ganz sichtbar ist ist ja auch auf der auf der jeweiligen seite einer geschichte ist tatsächlich wie die leute es finden und zwar sowohl die geschichte selbst als dann auch sprecherinnen oder sprecher und der gesamteindruck das ist natürlich was was wir uns angucken wie ist das feedback der leute dazu was schreiben die da auch sind die sternchen bewertungen aber eben wirklich auch was schreiben die leute neben so einem rein geschmäcklerischen weil ich meine das ist natürlich auch immer so eine stimme gefällt einem vielleicht mal oder halt nicht das ist ein faktor und dann was uns natürlich sehr sehr wichtig ist ist dieses hören sich die leute auch an also es gibt ja ganz viel phänomene wo okay wird wird gekauft oder ist mal in irgendeine aktion drin genau nee sondern wirklich auch hören es die leute an das ist was was für uns definitiven qualitätsurteil ist aber wie könnt ihr das tracken wenn ich es runtergeladen habe wie kriegt ihr mit wenn ich es wenn mir dann anhöre also wie ist das theoretisch möglich oder also naja digitales modell das ich kann dir nicht sagen wer sich angehört hat da ist also alles safe das ist überhaupt nicht rückverfolgbar aber ich weiß wie viele okay aber wisst ihr dann auch wenn leute sich dann seht ihr das dann auch wenn leute dass dann tatsächlich acht stunden am stück durch hören also so gibt es sowas wie wie nicht binch watching sondern binch hearing gibt es vermutlich keine ahnung ist tatsächlich was was also wo ich in meiner abteilung auch nichts zu sagen kann und auch nichts was was ich mir jetzt angucke tatsächlich sein persönlicher rekord von am stück hören irgendwann ist die aufmerksamkeit spannend aber das wäre tatsächlich so lange autofahrten und dann keine ahnung 45 stunden am stück aber ich habe es ja gesehen also jetzt die diese die formate die habt ihr fiktionalen formate da kommen ja locker dann auf 8 16 stunden 24 stunden was ist das längste was ist der was ist der rekord den ihr habt was die längste produktion ich glaube da sind wir oh gott das weiß ich gar nicht erst bei den originals sind wir glaube ich bei wir haben so eine rebecca gabley reihe die sind glaube ich alle ziemlich lang beziehungsweise wenn man die alle zusammen nimmt dann haben wir da ich weiß nicht wie viele stunden brauchen wir doch ein paar lockdowns dafür dann glaube ich auch aber ansonsten ich glaube das längste hörbuch weiß ich nicht sind wir wahrscheinlich locker bei also ich weiß der der murakami na wie ist der den iq bla 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 das ist sogar nur in mehreren teilen dann runterladbar weil es so ewig lang ist gibt es noch ein projekt wo du ein herzblut drin hattest was gescheitert ist was was wie nicht geklappt hat oder habt ihr tatsächlich alles alles umgesetzt bekommen es gab definitiv sachen die nicht funktioniert haben oder die dann nicht in der form wie wir es uns eigentlich vorgestellt hatten sondern woraus sich dann was anderes entwickelt hat aber ich muss gestehen ich habe gerade so viele projekte so viel herzblut projekte jetzt auch aktuell in der mache die alle dieses jahr rauskommen werden dass ich schon voll auf wieder zukunft gucke ja aber dann gibt es ein preview was 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 ist das heißeste was was dieses jahr vielleicht noch auskommt sofern das schon sagen kann der märz ist immer ein heißer monat bei uns wir haben jetzt über leon menger und und der dritte teil von von auris ist auch schon vorbestellbar also der der nächste fitzeck ist auch schon kratzt schon am veröffentlichungstermin und dann haben wir noch zwei einen sehr sehr schönen serienauftakt da kann ich aber noch nicht viel zu verraten und die geschichte des übergangsmanagers muss natürlich auch weitergehen sehr gut gut zu wissen der der cliffhanger der teaser hat jetzt gut gut funktionieren noch eine frage hier von den zuschauerinnen ich weiß nicht ob das jetzt schon deutlich beantwortet wurde bezüglich jetzt trittstudios also wird alles von euch auch selbst produziert oder kann man theoretisch euch auch eine fertige serie verkaufen ich habe das hier alles fertig produziert hier ist es gibt es auch schon das gibt es das ist durchaus auch interessant für uns also ich spreche jetzt hier nur fürs original team da wäre die vorgabe dass tatsächlich eben was ist was es noch nicht in einem anderen format oder noch nicht als buch gibt aber wir haben ja auch also wir haben ja auch einen verlag audible studios und also das heißt da gibt es unterschiedliche modelle wie man mit uns zusammenarbeiten kann und uns auch inhalte anbieten kann und bei original serien die schon fertig produziert sind gucken prüfen wir natürlich gerne ob das auch für uns in frage kommt also sind da auch schon in gesprächen jetzt immer transmediales erzählen also wir haben jetzt sozusagen ich habe mein smartphone ich habe die geschichte und ich habe meine ohren was gibt es theoretisch noch an weiteren medien auf die man dann gehen könnte also letztendlich ist es ja audio zunächst mal eindimensionaler gibt es noch andere medien wurde sagt da kann man noch sozusagen anknüpfungen ergänzungen finden also sprünge in den medien das ist durchaus was vorstellbares bei audible konzentrieren wir uns natürlich wirklich auf den kern der geschichte und das ist in audio für uns funktioniert aber wie gesagt also wir sind ja sehr offen dafür zu schauen dass diese inhalte auch noch den weg in andere medien finden ob jetzt adaptiert und dann echt transmedial sozusagen also nicht eins zu eins dasselbe oder wirklich einfach eine crossmediale verwertung weil uns das natürlich wichtig ist da auch unsere kreativen zu fördern und insofern ja also klar da sind wir auch dran in einzelfällen kann ich noch nichts zu erzählen natürlich nein aber klar ist das möglich gibt es eine frage die du schon immer gestellt haben wolltest die dir noch keiner gestellt hat ha mal umgedreht was was würdest du denn gerne mal hören bei audible sehr gute rückfrage ja ich fände es ja toll wenn wirklich tatsächlich diese diese themen der diversität noch 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 stärker kommen oder vielleicht habe ich sie noch nicht so wahrgenommen aber wenn wirklich wir auch jetzt flucht geschichten leute mit mit migrationshintergrund diversen hintergründen also jetzt einfach auch so was so gesellschaftlicher trend ist jetzt mal black power movement me too bewegung also tatsächlich noch stärker vielleicht in in gesellschaftliche debatten ich weiß nicht ob man daraus geschichte machen kann aber das wäre für mich persönlich so als überzeugter berliner 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 community ich finde es natürlich spannend zu sehen da so auch ein bisschen gesellschaftlicher seismos kraft zu sein wir haben wenn man sich unser nonfiction programm anguckt jetzt aus dem original bereich haben wir da ja durchaus projekte gestartet bereits seit es jetzt meint the gap das war da ging es eben um die das ungleichgewicht in der bezahlung von von frauen und männern und wo das eigentlich herkommt sehr spannendes projekt dann die frauen beauftragten war war auch ein projekt in dem bereich prinzipiell ist es so dass es uns natürlich sehr wichtig ist authentische stimmen diverse stimmen auch zu fördern und natürlich möglichst nicht nur vor dem mikro sondern auch dahinter das ist ja ja immer so das ding aber wir wissen also es ist der kreativität sind keine grenzen gesetzt wer also tatsächlich ein story format hat oder wer eine idee hat oder wer etwas vermisst kann natürlich dann sich 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 bei euch melden und auf der auf der auf der seite eintragen sehr cool gut das war jetzt schon ein bisschen ausblicke auf das morgen ausblicke auf das was kommt wir haben alle zuschauerinnen fragen abgearbeitet insofern ja sind wir schon fast am ende unserer stunde angelangt das ist der zeitpunkt mich zu bedanken bei dir doro für die für die zeit und für das gespräch das hat spaß gemacht und ich weiß ich muss noch es muss noch viele lockdowns geben um sich durch euer ganzes programm und durch diese durch diese diese vielfalt aber hoffentlich auch ohne lockdown auch ohne lockdown hoffen wir es wir drücken die daumen ja dann bleibt mir mich zu bedanken bei alex berlin hier für für diese für die gastfreundschaft für die location ich bin zum ersten mal hier ist wirklich sehr beeindruckend das zu sehen und das ist auch so groß und so schön dass man auf dass man abstand halten kann aber wie gesagt schön dass es mal wieder ein persönliches leicht live echtes erlebnis gegeben hat wir bedanken uns ganz herzlich bei dem unterstützern dieses formates das sind die ist das cluster ikat der medien und kreativwirtschaft der länder berlin und brandenburg und ich bedanke mich natürlich bei allen zuschauerinnen und in dem fall muss man sagen zuhörerinnen die unser format hier mit verfolgt haben ja es hat spaß gemacht danke auch für die fragen die uns erreicht haben wie kann man dich erreichen doro einfach dorothea martin dann kann man sich über die webseite oder über das medianet insofern vielen dank fürs mitmachen vielen dank fürs zuhören fürs zuschauen bleiben sie optimistisch aber negativ und einen schönen guten Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss, vielen Dank. Danke, ciao. Vielen Dank.